Yeah, echt krass. Falls ihr euch fragt, warum es so komisch ist. Jo. Na gut, dann gehen wir da mal hin. Aber wir nehmen uns einen schönen Nudelbus. Da werden wir schon bei Nudel rumlaufen. Dann können wir auch einen Nudelbus nehmen. Da war eh keiner drin. Also, ich muss ja gar nicht dorthin. Upsi. Ich muss ja dahin. In das Nudelgebäude. Ist das Nudel? Oh, ich will aber nicht einkaufen. Doch, das gefällt mir. So. Kaufen. Ein schwarzes Nudelshirt. Jawohl. Ähm. 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 So. Wo muss ich hin? Ah, ins HQ. Und da können wir uns direkt hin teleporten. So. So. Und wir müssen hoffentlich nicht mehr in dieser nervigen Türe warten, weil es ist übelst unnötig. So. 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 Wir stecken die Katzen ins Tierheim. Josh versucht, den Code-Schlüssel zu knacken. Ah, sei still, verdammt! Okay, also, heißt das Krieg für uns? Wir lassen uns doch von diesen Trollen nicht in die Scheiße ziehen. DedSec wird nicht klein beigeben. Und dann? Aber was bringt uns ein Krieg mit denen? Das knackt die Scheißsperre nicht. Es ändert rein gar nichts. Sie sind drin! Ach, scheiß drauf! Hey, hört mal her! Primate darf uns nicht aus der Bahn werfen! Wir müssen das clever angehen! Okay, Primate verkauft Zero-Day-Exploits an jeden der Gelder. Er hat verdammte Regierungen, Blumen, Nudel, selbstbeschissene Terroristen. Die Sons of Ragnarok. Was? Mann, ja, die Sons of Ragnarok. Die verkaufen sich doch an die Sons of Ragnarok, oder? Finden wir also so viel wie möglich über ihre Leute und ihre Operationen raus. Wir werden nicht klein beigeben, für niemanden. Ey, Josh, Mann, was ist denn los? Jetzt ist Krieg weg. Ich setze die Nachrichten in die Backchannels. Diese Typen haben mit Sicherheit Feinde, die Infos für uns haben. Okay, verpassen wir ihnen ein Fisting. Der hat seinen Fisting. Unglaublich. Gut, dann schauen wir doch mal. Arbeitet weiter an Kiki. Ich werde mich mal mit Lenny unterhalten. Weißt du, wo sie ist? Sie hängt gerne in diesem Club im Castro ab. Ich weiß, wo das ist. Jo, dann gehen wir doch da gleich mal hin, würde ich sagen. Hinauf, hinauf, meine Freunde. Hinauf und hinaus in die weite Welt. Äh, ja. Und im Kopf weiter. Oh. Mein Nudelbus ist da. Jawoll. Ist das cool. Das FBI will Hacker und Hackergruppen identifizieren und kennzeichnen, selbst wenn diesen keine Straftaten nacht. Nachts, 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 nachts. Erstmal muss ich hier durchfahren, Digga. Geht doch weg. Hat dein Maul. Wie Chewbacca, 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 und Meissalat mit Reis und Scheiß. Und hast du nicht gesehen. Digga, verpasst du. Verpisst du. Ich muss hier jetzt abbiegen, üben, alter. Ey. Ach, noch ein Nudelbus. Hätte ich auch da abbiegen können, man. Jo, dumm. Oh ja. Nein, das war nur der Zaun, blöde Kuh. So. Da ist mein Bus, der parkt ja jetzt. Halt dein Maul. So, so, so. Ich sehe nichts. Ich muss mit dem sprechen. Schon wieder in der Sequenz. Alles klar. Ich genieße noch. Ah, schau dir den Loser an. Und? Wie viele Schoßhündchen versuchen gerade alles, um meine aufbruchssichere Sperre aufzubrechen? Ehre, wem Ehre gebührt. Also, äh, soll ich ganz freundlich fragen? Du könntest mir den Schlüssel auch einfach geben und ich bin weg. Was? Das ist Ransomware, motherfucker. Was willst du dann dafür? Ah, ihr sollt einfach nur eins von euren albernen Videos machen. Wow. Ich wusste gar nicht, dass du ein Follower bist. Ah, ihr wollt doch nur, dass der Pöbel euch anhimmelt. Nicht mit mir, verdammt. Fuck! Ich will eine öffentliche Übertragung, dass DedSec nicht mal zwei Sekunden, geschweige denn ganze 15 Minuten Zeit in der Öffentlichkeit verdient. Pöpp es auf. Mit ein paar Tränen. Ist das alles? Klar. Erstmal. Wenn ihr das nicht macht, fange ich an, Namen zu nennen. Genau. Namen. Identitäten. Ein richtiges Who is Who, Bitch. Mann, sieht aus, als hätten wir nicht wirklich eine Wahl. Mach dein Ding. Mach's gut. Also dann, hau doch jetzt erstmal ab und mach das Video für mich. Gut. Alles klasse weit. So. Und mein Bus ist schön geparkt, der. Geilo. Was will sie? Dass wir ein Video posten, in dem wir uns dissen. Das kommt gar nicht in Frage. Die sollen ihre Nachricht bekommen, aber wir reiten sie richtig in die Scheiße. Also, Primate-Land für Ragnarok, Malware und Bankautomaten. Hm. Geldautomaten, Leute. Das läuft über ihre Lieblings-Craft-Potes. Ronda Steiner. Ich schicke Ghoulie, der soll sich das mal ansehen. Triff dich mit ihm, wenn du dort bist. Jo, mach ich. Mit meinem Nudel-Bus. Nudli-Ludli. Sorry. So. Wo muss man hin? Digga, an den Arsch der Welt. So, dann mal los. Ah, fuck, umdrehen. Oh, der kann sogar driften. Das ist ja nice. Na gut, überspringen wir das erst mal. So, da haben wir es doch gleich geschafft. Hier abbiegen. Und dann sind wir in dieser netten Bar. Wo die gerade gesagt haben. Und, wow, Bullen. Jetzt habe ich hier rumkommen. Ah, jawohl, geht doch. Da ist doch noch ein freier Parkplatz da hinten, oder? Halt dein Maul. Wer ist denn ein Loser, ha? Ja, ich muss hier jetzt parken, Digga. Ich bin nicht wirklich, ich park nur dorthin, wo ich hin muss. So. Die Polizei ist zunehmend wegen der Gewalttaten der Straßengang Tesca. Ah. Ja, das ist mir egal. Yo, Gulli. Was geht's, Retro? Die Ragnar-Jungs haben Primate für Automaten-Hacks angeheuert, hm? Die Suns setzen schon lange Kreditkarten-Skimmer ein. Kommt nur wenig bei rum. Aber das Primate Malware in Geldautomaten-Lead hat ihren Cashflow verdreifacht. Ach, das wette ich. Der Code skimmt die Daten und schickt Primate eine Kopie. Weder der Benutzer noch die Bank kriegen das irgendwie mit. Ah, aber wir. Ja, wir schon. Ihren Code zu manipulieren wird leicht. Stell dir vor, wie angepisst die Sons of Ragnarok von Lenny und Prime 8 sind, wenn der Operation irgendwas zustößt. So soll's sein. Das wird ziemlich gefährlich. Halt dich besser zurück, Uli. Okay, Mann. Viel Glück. Versauen wir ihnen die Operation. Wunderbar. Los geht's. Und schon wieder in der Sequenz, ey. Däger, gibt's doch nicht. Ähm. Okay. Wir müssen einfach nur ein paar Sachen mitnehmen. Was steht da vor? Okay. Bankautomaten sind hier. Zerstör die Automaten, wie du willst. Ähm. Ja, erst mal zerstören wir den hier. bei denen. Oha. Däger. Verpiss dich bloß. Ich bist du so am Arsch, Alter. Was für's? Äh. Nö. Denn dann nehmen wir mit. Was? Äh. Ich hab gesagt, mach dir einen Arsch, Alter. Ähm. Ja. So. Der hier. Der ist kaputt. Der ist weg. Ich renne hier jetzt einfach mal runter. Oha. Geh zu, Mann. So. Den hätten wir safe. Meint ihr, Sie haben es kapiert? Als würden eine Zentrillionen mit Zero Days verarschen Leute von Dankbarkeit aufjubeln. So. Das sind irgendwie ein paar weniger geworden. Auch ein paar weniger. Auch ein paar weniger. Einen brauchen wir, glaube ich, noch. Oder? Hä? Ich weiß nicht, was ihr von mir wollt jetzt noch. Ah. Was für, was sagst du, hä? Hast du ein Problem oder was? Nein, 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 nein. So, jetzt muss ich einfach nur noch hier entkommen. Hm. Und wir verstecken uns in dem Auto. Na, kommt schon. Warum hat man denn so ein Kack-Auto, Mann? Ohne Witz jetzt mal. Na gut, festgefahren. Cholo. Hier unten entkommen wir wohl erst mal nicht, dann hauen wir eben oben ab. Ähm, ja, juckt hier eh niemanden, also von dem her. So. Und Tschüssikowski. Wo sag ich? Mein Nudelbus. Mein Nudelbus ist weg. Ach, Menno. Ein Nudelauto hier. Alles klar. So. Mission abgeschlossen. Ach, das war schon. Ich dachte, ich fange mehr Auto mal. Egal. Ähm, na, lustig, will den Melding jetzt. Hm. Nur ruhig, Alter. Lenny, du solltest dich mal im Kurs hinterbewerben. Also, wir machen dieses Video-Ding nicht. Weißt du was? Macht was ihr wollt. Ist mir total egal. Gebe ich einen Scheiß drauf. Ich weiß, dass euer Server noch gesperrt ist. Wunderbar. Das hätten wir geschafft. Wir suchen schnell eine schöne Aussichtstelle hier, von der Brücke hier vorne. und dann sage ich, ich... Wir gehen in ihr HQ und holen uns den Dechiffrierschlüssel. Nach unseren Infos hat Palm 8 einen Bunker. Bunker? Aber wir wissen nicht, wo. Lenny hat ein implantiertes RFID. Können wir den Bunker damit finden? Ja, das ist möglich. Super. Zeit, Lenny zu besuchen. Keine halben Sachen mehr. Ranch, du bist mein Backup. Ja, wach ich. Na wunderbar, dann hätten wir das mit dem Video schon mal geklärt. Und... Du hältst deinen Maul. Und ich sage, mit dieser schönen Aussicht hier, bis zum nächsten Mal. Tschüdelü.